Einen Riesenapplaus bitte für den Abschluss-Gag! Jetzt muss ich mich aber beeilen, bevor mein erster Kunde kommt. So, jetzt haben wir mir alles soweit vorbereitet, ich weiss ja genau, da hat wieder Riesenprobleme. So, dass sich alles gut klappt. So, jetzt müsst ihr eigentlich gleich kommen. Ah, siehst du, kloppt schon. So, warte, ich muss das Tier aufmachen. So, ab, warte! Hey, Doktor Tee! Ach Gott, was ist denn mit dir passiert? Du hörst mir ja schon viel verzählt am Telefon, aber das seh ich jetzt auch nicht. Ach, sag mal! Hey, Doktor, Doktor Tee! Ach, ich hab da was? Das Zucker? Ach, du... Kann ich das nicht machen? Ja, ich hab dir jetzt am Telefon gesagt, dass ich dir helfen kann. Meine ganz neue Methode erfunden. Da ist alles erst rein und du bist kalt genug. So, pass mal auf! Das wär sau stark! Jetzt mach ich mal eins. Mach einfach das, was ich dir sag, und dann klappt das. So, pass auf! Ich mach mal die Hand da drauf und dann passiert die Wunderheilung. Pass auf! So! Pass auf! Ah, Mann! Warte mal! Warte mal! Du hast noch mal gekloppt, machen wir noch mal runter. Hallo! Wo ist der Nächste? Was ist mit Ihnen los? Hallo, hallo, Doktor Tee! Ach du Scheiße! Doktor Tee! Habe ich's doch nur noch mit welcher Zucker noch zu tun? Ich hab Probleme mit... ...Nicht ab! Ach du Scheiße! Ähm... ZUGT! ZUGT! Ja, sind sie... ZUGT! Ja! Ja, sind sie... Ich will mir auch noch helfen! Pass mal auf! Ja, jetzt hör mal auf den Zucker... Jetzt... Verdammt! Hör mal auf den Zucker jetzt! Dr. Tee, helf uns! Komm! Der blöd verschmerzt, der zuckt... ZUGT! Ja! Jetzt mach mal! Ich hab's ein paar Tage schon kurz erklärt... Ich kann euch helfen... Machen wir mal die Hand beide da... ...auf die Glaskuchel drauf! Ist gut, Ritter? Ja, die anderen halt! Jetzt mach... ZUGT mit der weiter... Ich mach die Hand... Uff! So! So! Pass auf! Jetzt konzentrieren euch... Also, ne... Ich konzentriere mich... Also... Jetzt pass mal auf! So! Kannst du das? Ich bin doch voll beläsern und alles... Pass auf! So! 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 Jetzt steig ich mal auf... Und gucke mal, ob das mir da nicht zugucken oder besser ist! Hey! Mein linker Hand... Mein Arm... Doktor Tee! Ha! Doktor Tee! Auf die... Auf die... Ja! Auf die... Alter, gehst du kaputt? Das sieht richtig aus, was du gemacht hast. Was du gemacht hast. Ja. Kriegen wir das noch mal hier mit der Hand da drauf? Weil, das klappt jetzt, was ist. Durch den Grenzen fehlen aber was. Oh, jetzt kommt noch einer. Jetzt kommt noch einer. Warte mal. Warte, ich gucke gleich wieder. Dann helfe ich dir, versprochen. Hallo? Hallo, Dr. Thiel? Ja? Au! 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 Ach Gott, ach Gott. Dr. Thiel? Du, du, du. Du, du, du. Dr. Thiel, guck mal. Das geht doch vor dir. Guck mal, wie das aussieht. Aua! Ach Gott, ach du. Gott, ach Gott. Dr. Thiel, kannst du euch nicht mehr helfen? Scheiße, nicht? Wenn das möglich ist, sitze ich einfach mal kurz hier. Aber wir haben uns halt geändert. Wir haben Zeit. Mach mal Arm kaputt, mach. Zu gut. Und Puppe. Aber ich bin so. Immer du dann ja mit den Problemen zu machen. Aber Dr. Thiel? Wohl! Ach du lieber. Ach du lieber. Du bist so geduldig, der geht so gut. So. Warte. Stimmt's? Ich hab's schon dem Pater gesagt. Dann kann ich helfen. Jetzt vertrauen wir mal. Mach mal der Hand da drauf. Auf meinen, äh... Super Kuchel da. Hand da, aber... Bäh. Bäh, das kann schon gar nicht. Mach der Hand da drauf. So. Warte. Hand drauf. Dir helf ich jetzt auch. Ach Gott, ist die Kuchel reis. Ja. Nein. Ein. Schande. Aufpassen. Es geht los. Warte, steig mal auf. Zieht noch ein bisschen. Warte mal. Steig mal auf. Probier mal, ob das jetzt besser ist. Ganz langsam. Ganz sicher, dass das weg ist. Ich trau mich gar nicht. Ja, das wird... Ich trau mich gar nicht. Guck mal, guck mal. Du hast schon gar nicht mehr mit deinem Dienst. Ach gut, ob das jetzt geht. Das geht. Das geht. Super. Guten Tag. Guten Tag. Na ja, mein Freund. So. Das geht. Ich hab er. Hala. Und zwar hat hier gut geht, gell. Das ist ein Schein, gell. Tschüssi, gell. Du. Herr Doktor Thiemann. Warte, ich hab' da echt was verkehrt. Du. Du schreisch auch immer, wenn's was zum abholen gibt. Kann das sein? Ja. So. Ja. Ach du lieber. Ach du lieber. Ja. Jetzt ist ich wieder hier. Ja. Auf noch mal ein bisschen. Also rum. Ich muss eh noch lesen. Ist das noch mal ein bisschen. Oder so. Ach du lieber. Da geht's zu. Im Buschbacher Barhof. Ich bin vierte. Jetzt geht das vierte. Hallo. Guten Tag. Was ist mit Ihnen los? Ja. Ich hab' ich gar nicht mehr gehört. Ach du lieber. Nein. Was sagst du denn du, was da oben? Gibt's das? Oh, ist das kaputt? Ich mein' dieselbe Leiden, irgendwas. Ich muss wieder drücken, wie ich's hab' bin. Ich hab' kein Problem. Ich hab' kein Problem. Außer du. Ich bin. Also langsam weiss ich auch nicht mehr, was man... So setz dich mal daher. Aber lass den Stuhl ganz bei deinem Dings, was du machst. Setz dich. Ach, ich will schon ein paar Tage. Zum dritten Mal erklärt, ich kann euch helfen. Aber eh, wie geht das immer schief, so. Klebt dem nix, klebt dem nix. So. Ich kann dir auch helfen. Hallo. Und am Schluss. Das ist ein Kläringer. Das ist nicht so einfach zu therapieren. So. Jetzt mach' ich mir ernst mit meinem Pfaller. Halt' ich einfach zu. Und mach' was ich sag'. Wenigstens einwohnen sind zwei Leiden. Ich hoffe auch. Ja. Machen wir mal die Hand da drauf. Auch weil's heiß ist. Du auch. Wenn du noch kommst. Dritte Mal schon. Ja. Dritte Mal schon. So. Jetzt gucken wir mal, wie mach' ich helfen. So. Jetzt wieder. Ja. Warte. Verhalten ich mal ganz kurz ruhig. Ich muss mit Franky was testen. Haben wir die Hand da her? Ja. Franky, gucken wir mal, ob's bei dir jetzt besser ist. Ja. Steine ich mal auf. Zeig' euch den Leiders Kamala. Vergangsch. Wie Neugeborene. Ha. Hab' ich doch gesagt. Hab' ich doch gesagt. Ich kann da helfen. Ey. Ich will aber so helfen. Ich bin dann so. Da hab' ich schon ein Wimmelmeister. Ha ha. Siehst du mal? Helfst du nur, ich singe? Das isch ned für die da? Start los. Ich schwel' auch nix. Ach du Lieb. Erwin kriegst dich alles ab. Ey! Ich kann... Wie sieht's mal aus bei dir? Hast du noch eh welche Beschwerde? Ja sieht man das dann nicht? Ich auch ein Knöringer Mann! Warte mal, ich mach das in deiner Schrumpf! So! Du hast überhaupt keine Ahnung, Kerl! Hey, aber jetzt hab ich's... Setz dich noch eh mal hin, dann kann ich dir helfen! Setz dich hin! Und zuck dich da rum! So! So helf ich dir noch einmal holen! Dann ist wirklich... Dann ist alles gut! Eieieiei, jetzt hätte er mal Lust da rum zu zucken! Warte, tut mir leid, aber da kommt schon wieder jemand! Hallo? Ich kann nicht! ACHTEN! Hallo! Ja, wie kann ich dir helfen? Als ganz Frauenvertrag! Ja, deshalb bin ich verkannt auf ihr! Ja! Ja! Du bist doch schon mindestens eine Woche drüber! Soll ich da? Hä? Ich glaub... Helfen? Ja, du weißt ja, dass ich da helfen kann! Mach mal mit dem Pater! Dein Hand doch! Auf gar keinen Fall! Ich hab schon alles, aber schwanger wär ich nicht! Warte, warte wohl! Komm her! Komm da, helfe! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Weißt du uns! Komm her! Dann bin ich! Vielen Dank.